Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet mit meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen und ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Ich bin zurück aus London. Leider, ich wäre wahnsinnig gerne noch viel, viel länger geblieben. Aber irgendwann ist ja auch mal jeder Urlaub zu Ende. Ihr werdet auf jeden Fall noch eine Menge Reiseberichte bekommen, die ich auch alle noch aufnehmen möchte. Ich wollte das eigentlich immer direkt am Abend machen, des jeweiligen Urlaubstages, aber habe ich einfach nicht mehr geschafft. Ich war zu viel unterwegs, zu viel erlebt und so weiter. Das muss ich jetzt sozusagen als Nachgang machen. Aber das wird auf jeden Fall zeitnah erledigt, dass ihr dann auch die Reiseberichte bekommt. Heute geht es aber erstmal um meine Kosmetikeinkäufe aus London. Ich war nämlich wieder ordentlich shoppen. Es gibt da ja schöne Drogerien in London. Ich gehe besonders gerne zu Boots oder Superdrug. Die kann man so ein bisschen vergleichen mit DM und Rossmann, obwohl da auch teilweise so ein bisschen Douglas-Vibes mit reinspielen. Also in vielen Boots-Filialen gibt es dann auch wirklich High-End-Make-up von Dior, Chanel, Fenty und so weiter. Deswegen ist es nicht hundertprozentig vergleichbar mit unseren Drogerien. Aber es gibt eben auch Filialen, wo man günstige Kosmetik bekommt. Und ich bin ja ein kleiner Sparfuchs und deswegen war ich besonders oft in diesen Filialen und habe mir ganz wunderbare, interessante und auch preisgünstige Kosmetik gekauft. Ich habe jetzt nicht mehr hundertprozentig alle Preise im Kopf, aber so ungefähr kann ich euch noch die Preisangaben machen. Und legen wir auch gleich mal los mit dem ersten Produkt, das ich heute auch gleich für euch aufgetragen habe. Nämlich den IRL Filter Finish Concealer von Revolution. Den gibt es auch hier in Deutschland in Kosmetiktheken, zum Beispiel bei Rossmann, die ja auch Revolution führen. Ich hatte den letztens schon mal in der Hand und habe mir gedacht, na, probierst du den mal aus? Hatte ihn aber dann doch wieder zurückgelegt, weil ich dachte, okay, du hast so viele Concealer, brauchst du jetzt nicht extra neuen kaufen. Allerdings hatte ich dann in der Drogerie in London den mal mit einem Tester ausprobiert. Und zwar hatte ich hier auf der Hand, das sieht man jetzt zum Glück nicht mehr so sehr, eine kleine Brennverletzung. Ich habe mich am Ofen verbrannt und ich hatte dann einfach mal diesen Concealer auf diesen dunkelroten Fleck aufgetragen und der war fast komplett abgedeckt. Und da dachte ich mir, wow, ein Concealer, der so krasse Deckkraft hat, den musst du mal ausprobieren. Deswegen habe ich den mir mitgenommen. Ich habe ihn in der Farbe C2, die zweithellste Farbe, mitgenommen. Die erste schien mir dann, obwohl ich ja wirklich, wirklich hellhäutig bin, denn doch ein bisschen zu hell. Aber ich glaube, insgesamt passt die Farbe sehr, sehr gut. Die Deckkraft ist auch wirklich gut, lässt sich schön verblenden und queest auch nicht. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter erster Eindruck gewesen. Ich meine, okay, der erste Eindruck war in der Drogerie mit dieser krassen Deckkraft. Jetzt die erst wirkliche Anwendung hat auch wirklich, wirklich gut funktioniert. Also das scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Concealer zu sein. Ich habe den für sechs Pfund etwa gekauft. Also kostet, glaube ich, hier in der Drogerie auch so irgendwie sieben Euro um den Dreh. Für mich auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Ein sehr, sehr guter Concealer, der alles das kann, was ich von einem Concealer erwarte. Dann habe ich mir zwei Highlighter gekauft. Fangen wir an mit dem Highlighter von E.L.F. Das ist, der hat gar keine wirkliche Beschreibung, naja, auf jeden Fall ist es ein schöner Champagnerfarbener Highlighter, der sehr, sehr erwachsen ist, der sehr dezent ist. Also wenn ihr irgendwie einen Look schminken wollt, wer sagt, ich möchte ein paar kleine schimmernde Highlights setzen, aber nicht zu glitzerig im Gesicht aussehen, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Highlighter. Erinnert mich so ein bisschen an die Becca Highlighter, muss ich sagen. Hatte ich dann auch getestet, hat mir gut gefallen, habe ich mir mitgenommen. Ich kann euch jetzt leider echt, wie gesagt, gar nicht so richtig sagen, was hier steht. Hier ist White Gold or Blank, heißt er. Kann ich euch, wie gesagt, schlecht was dazu sagen. Hatte ich halt, wie gesagt, in der Theke gesehen, hat mir gut gefallen nach dem ersten Test. Ist ein schöner, dezenter, schimmernder Highlighter, mag ich sehr, sehr gerne, wird wahrscheinlich jetzt häufig so im Arbeitsalltag eingesetzt werden, wenn ich halt nicht zu, ja, zu farbenfroh geschminkt, ja, zur Arbeit gehen möchte. Anders verhält sich dieser Highlighter von MUA Makeup Academy. Das ist der Schimmer Highlight Powder in der Farbe Pink Schimmer. Den gab es in sechs Farben in der Drogerie und ich habe mich erstmal für den entschieden und wow, ist der gut. Also bei der nächsten London Reise werde ich mir da garantiert noch ein oder zwei mitnehmen. Der ist wirklich so krass. Also der schimmert, also der highlightet alles, was man damit irgendwie bestreicht. Also ich bin mega, mega begeistert von dem. Hat auch ein wunderschönes Pressing, könnt ihr hier sehen. Also ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Kann ich echt nur empfehlen und war sportbillig. Der hat irgendwie drei Pfund gekostet oder so. Der von Elf war, glaube ich, ein bisschen teurer. Der hat so um die sechs Pfund gekostet, aber der hier mega, mega, mega gut. Und wie gesagt, beim nächsten Urlaub werde ich mir da noch ein paar andere von gönnen. Vorausgesetzt natürlich, ich finde davon Farben, die auch zu mir passen, weil es bringt ja jetzt nichts, irgendeine Highlighterfarbe zu kaufen, mit der ich dann letztendlich nichts anfangen kann. Ja, das waren die Face-Produkte, obwohl eins habe ich ja noch. Ich habe noch eine Konturpalette von Revolution gekauft. Ja, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ihr seht, hier ist ein Blushton drin. Hier ist noch so ein, ja, leicht rosäfarbener Highlighter und ein schöner Bronzerton, den ich aber tatsächlich eher fürs Contouring verwende, weil der relativ kühl ist. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera so erkennen könnt, aber den finde ich auf jeden Fall sehr, sehr passend. Also viele Kontotöne sind mir persönlich zu warm. Der hier ist es denn nicht. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch dieses Produkt war super, super günstig, hat drei Pfund gekostet. Und für eine schöne Face-Palette kann man da ja wirklich überhaupt nichts zu sagen. Dann habe ich, wie ich auf meinen Stapel gucke, danach eigentlich nur noch Lidschatten gekauft. Ich weiß, ich habe ein Problem. Ich kaufe zu viele Lidschatten-Paletten, aber ich liebe Lidschatten halt, wie gesagt, einfach sehr. Fangen wir an mit einer sehr besonderen Palette, nämlich mit einer Harry Potter Lidschatten-Palette. Die habe ich tatsächlich auch aus der Harry Potter Ausstellung in den Warner Studios mitgenommen. Da gibt es ja am Ende so einen riesen, riesen, riesen großen Merchandise-Shop. Und da hatten die auch ein paar Make-Up-Produkte. Und ich hatte schon bei meinem letzten London-Urlaub eine Harry Potter Lidschatten-Palette gekauft. Das war die zu den Heiligtümern des Todes und die hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte die eigentlich nur so ein bisschen aus Spaß mitgenommen. Die hatte auch ein paar schöne Farben, besonders viele Grüntöne. Und ich dachte so, naja, okay, so ein Merchandise-Produkt, das wird wahrscheinlich nicht das hochwertigste sein. Aber entgegen meiner Erwartung war diese Lidschatten-Palette wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, mit der ersten Harry Potter Lidschatten-Palette hattest du schon so gute Erfahrungen, nimmst du dir auch noch eine zweite mit. Das ist jetzt die Yule Ball-Palette. Ja, sieht erstmal super, super schön aus. Also hier, die Verpackung ist richtig schick gestaltet. Und die Lidschatten-Palette ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also innen drin auch seht ihr dieses schöne Dunkelblau mit den Sternchen. Und die Lidschatten-Farben haben auch dieses Sternchen als Pressing obendrauf. Also manche schon nicht mehr so genau, weil ich habe sie schon ein paar Mal ausprobiert. Also ich wollte natürlich dann auch ein bisschen was dazu sagen. Und an dem Tag, nachdem ich sie gekauft habe, habe ich sie direkt ausprobiert. Und es ist auch wieder eine gute Lidschatten-Palette. Sie ist natürlich jetzt nicht so krass wie, ja, so eine Anastasia Beverly Hills Palette. Aber die Farben sind gut pigmentiert. Sie lassen sich gut verblenden. Sie haben einige schöne Schimmertöne hier reingemacht und auch ein paar schöne matte Töne. Mir gefällt ziemlich gut, dass die Palette insgesamt relativ kühl ist. Ich meine, klar, hier oben gibt es die beiden Farben, diesen Bronzeton und diesen Rotton, wo man auch ein paar wärmere Looks mitschminken kann. Aber insgesamt haben sie sich ganz gut an die Aufmachung der Palette gehalten. Also das ist ja alles in Blautönen. Hier haben wir ein paar schöne Blautöne, ein paar Lila Töne. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sowohl von der Optik der Palette her als auch, ja, von der Performance der Palette mag ich sehr gerne. Und es ist halt auch wirklich ein schönes Merchandise-Produkt. Also ich finde das halt immer so ein bisschen, ja, schwierig, wenn man irgendwie sich als Andenken von so einer Ausstellung was mitbringen kann. Und dann kann man da letztendlich nicht richtig viel mit anfangen, außer es irgendwo in ein Regal zu stellen. Also ich bin mehr immer Fan davon, oh, ein Powerlook hier, wenn man damit auch wirklich was anfangen kann. Also wenn man es anziehen kann oder, ja, wenn man es als Make-up verwenden kann und nicht einfach nur irgendwo in ein Regal stellt oder in einer Schublade verschwindet und so weiter. Deswegen war das für mich ein sehr, sehr gutes Souvenir, weil, ja, ich kann damit definitiv was anfangen. Und weil mir die Palette wirklich gut gefällt, wird sie auch regelmäßig bei mir in Anwendung kommen. Dann habe ich mir mitgenommen von Elf auch zwei kleine Lidschattenpaletten. Und zwar aus dem Grund, weil ich bei meinem letzten London-Urlaub so positiv überrascht war von einer anderen kleinen Elf-Lidschattenpalette. Die hatte ich wirklich nur so, ja, mit kaum Beachtung irgendwie gekauft, wo ich einfach dachte, ach, schöne Grüntöne, ist niedlich, ist günstig, hat irgendwie vier Pfund gekostet. Nimmst du die mal mit? Dann habe ich sie ausprobiert und dachte so, oh mein Gott, was ist denn das für eine fantastische Lidschattenpalette. Und ich hoffe natürlich auf ein ähnlich positives Schminkerlebnisse bei diesen beiden Lidschattenpaletten. Ich zeige sie euch einzeln gleich nochmal. Die sind aus der Limited Edition Good Vibes Only von Elf. Und da habe ich mir einmal die Palette mit einem Goldton, einem Orangeton, einem Brauton und einem dunklen Braunton mitgenommen. Also wirklich prädestiniert für einen richtig schönen, warmen Look. Haben auch wieder niedliche Pressings mit dem Herzchen oder hier mit dem Peace-Zeichen. Ich habe die schon mal ausprobiert, vor allen Dingen den helleren Braunton und den Goldton haben mir beide gut gefallen. Also die sind wieder genauso qualitativ hochwertig wie die kleine Elfpalette, von der ich euch gerade berichtet habe. Also das war definitiv ein guter, guter Kauf. Also Elf hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Klar sagte mir der Name was, aber irgendwie sind die bei mir immer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Und ich dachte mir so, ja komm, irgendwie noch so eine Marke, die es auch gar nicht wirklich in Drogerien gibt. Also wenn man manchmal viel Glück hat, findet man einen Elfaufsteller bei Douglas, aber auch wirklich nur ziemlich selten. Also bei mir in der Nähe ist es eigentlich eher nicht so. Ich hatte das mal in anderen Städten gesehen, aber ich bin relativ schlecht an Elf herangekommen hier in Deutschland, während man in England das praktisch in jeder Drogerie findet. Und da hatte ich natürlich deutlich leichteren Zugang dazu und die Produkte sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also wenn ihr mal was von Elf ausprobieren wollt, macht es gerne. Die sind auch nicht so teuer. Also ich würde die preislich so vergleichen mit Catrice. Und sie haben richtig tolle Produkte, also die lohnen sich wirklich. Hier habe ich noch eine zweite kleine Palette. Da ist ein toller, dunkler Türkis-Ton, ein schönes, schimmerndes, helles Grün, ein Orangeton und ein Highlighter-Ton. So in so einem leichten Gold-Bronze-Champagner-Ton. Also ich finde, ergänzt sich eigentlich sehr, sehr gut mit der Palette. Also kann man sich sozusagen zu einer größeren Palette zusammensetzen. Aber sie sind natürlich auch super praktisch, um sie mitzunehmen. Die kleine erste Elf-Palette, die ich hatte, habe ich auch tatsächlich wieder mit in den Urlaub genommen. Weil ich mir gedacht habe, sie ist einfach klein. Sie ist sehr, sehr gut. Ich verwende sie total gerne. Also nehme ich sie direkt mit. Und jetzt haben sie sozusagen zwei kleine Schwestern mit dazu bekommen. Bleiben wir auch bei Elf. Ich habe mir nämlich nicht nur zwei kleine Elf-Paletten mitgenommen, sondern auch eine große. Und wow, die liebe ich. Das ist die Earth & Ocean Palette. Und wow, ist die toll. Guckt euch die mal an. Also die vereint praktisch alles, was ich an Lidschattenfarben so liebe. Nämlich Grüntöne, Goldene Töne, Silbertöne, Blautöne und was Schönes hier so zum Abdunkeln. Also ich glaube, die werde ich unglaublich oft verwenden. Ich habe die gesehen und dachte mir so, wow, die musst du haben. Auch dieser wunderschöne Blauton. Also ich glaube, da werde ich viel mit rumprobieren. Einfach wunderschön. Hat etwa sieben Pfund gekostet. Also ist für so eine Lidschattenpalette auch echt kein Geld. Also qualitativ auch wirklich hochwertig. Ich habe auch schon ein bisschen mit rumprobiert. Auch hier gerade im grünen Bereich. Da sind die Töne sehr, sehr ähnlich wie in der kleinen ersten Lidschattenpalette. Also diese hier sind nahezu identisch. Und naja, ist ja auch gar nicht schlecht. Wenn die kleine Lidschattenpalette irgendwann mal leer ist und das wird passieren, weil ich sie wirklich häufig, häufig nutze, habe ich auf jeden Fall hier schon mal einen Ersatz. Also wahnsinnig tolle Palette zu einem günstigen Preis mit wahnsinnig tollen Farben und einer guten Qualität. Also was will man denn mehr von einer Lidschattenpalette? Dann habe ich, ich muss ein bisschen sortieren, habe ich von MUA, wo ich euch gerade ja schon diesen schönen Highlighter gezeigt habe, mir auch eine Lidschattenpalette mitgenommen. Das ist die Illusionistpalette und die war auch sportbillig. Die hat drei Pfund gekostet und die hat echt Töne, die ich so nicht so häufig bisher bei mir in den Paletten habe, nämlich sehr viele Grautöne, Silbertöne, irgendwie so leicht düstere Töne, aber halt auch irgendwie spannend. Also ich zeige die euch mal. Ich habe auch schon ein bisschen mit rumprobiert. Die Formulierungen sind auch spannend. Also die sind so ein bisschen Cream to Powder, die Schimmertöne. Mit den matten Tönen habe ich noch nicht so viel gemacht, außer mit den beiden hier unten. Ich muss halt wie gesagt alle Lidschattenpaletten, die ich mir gekauft habe, erstmal durchprobieren. Aber die hat auch wirklich einen spannenden Eindruck gemacht. Einfach dadurch, dass es so nicht so farbenfrohe Fändchen sind, sondern halt so ein bisschen gedecktere. Aber ich glaube, gerade mit den Silbertönen kann man auch einen sehr spannenden Look schminken. Fand ich toll. Der Preis war mega. Wurde halt gleich eingesackt. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, sie bald mal auszuprobieren. Dann habe ich mir von einer Marke, die ich gar nicht kannte, eine Lidschattenpalette mitgenommen von Studio London bei Superdrug. Das ist eine Eigenmarke von der Drogeriekette Superdrug. Gibt es hier halt nicht. Also deswegen konnte ich bisher auch noch nicht wirklich damit was rumprobieren. Die hat 5 Pfund gekostet. Sind 9 Farben drin. Und auch da war ich wirklich sehr hingerissen von diesen Farben hier drin. Also die ist wieder etwas farbenfroher, aber es sind relativ dunkle Farben. Und ich habe damit heute schon ein bisschen rumprobiert. Ich habe den dunkelblauen Ton Twilight hier im Außenbereich meines Auge verwendet. Und diesen tollen Lila Ton Happy Hour habe ich auch schon ausprobiert. Ach ja, und für die Crease habe ich Moon ausprobiert. Also ich habe heute mit ein paar Lidschattenpaletten herumprobiert. Und die fand ich halt einfach echt spannend. Wegen dieser dunklen Töne, aber trotzdem intensiven Farben. Gerade dieses Lila hier oben hat mich gecatcht. Und diese beiden, also dieses Grün und dieses Türkis. Mit dem Türkis habe ich jetzt noch nichts gemacht, obwohl es mich sehr, sehr interessiert. Aber wie gesagt, ich schminke mich ja ständig. Deswegen werden die auch zeitnah ausprobiert. Fand ich spannend. Und wie gesagt, der Preis war auch echt günstig. Und irgendwie hat mich diese Palette so an die Paletten von BH Cosmetics erinnert. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, mit denen hast du gute Erfahrungen. Gibst du denen mal eine Chance. Und wenn sie jetzt nicht so toll ist, sag mal mit 5 Pfund, hat man ja nicht so krass daneben gegriffen. Aber der erste Eindruck, den ich damit hatte, war wirklich, wirklich positiv. Deswegen glaube ich, war das auf jeden Fall ein Erfolgskauf und kein Fehlkauf. Dann habe ich mir von Barry M., die ich öfter schon in London gesehen habe, aber nicht hier in Deutschland, eine Lidschattenpalette mitgenommen, die wirklich super, super schön ist. Das ist die Wildlife Palette mit dem Schmetterling. Gab es noch mit verschiedenen Käfern. Aber da haben mich die Farben nicht so angesprochen. Deswegen habe ich mich für diese Palette entschieden. Die erinnert mich so ein bisschen an die Corpse Bright Palette von Revolution. Sowohl von der Aufmachung mit dem Schmetterling, als auch von den Farben. Aber dann waren doch ein paar Variationen drin, die ich bisher nicht so hatte. Und deswegen habe ich sie mir gegönnt. Ihr seht tolle Blautöne. Gerade dieses intensive Hellblau in der Mitte fand ich sehr spannend. Genauso wie dieses leicht abgedunkelte Schimmerblau und diesen tollen schimmernden Dunkelblauton und dieses leicht mit Grau und Silber versetzte Lila finde ich total spannend. Also werde ich auch viel mit rumprobieren. Ich habe hier den Ton Meadow habe ich hier im unteren Wimpernkranz schon eingesetzt. Und den Ton Grayling habe ich im Augeninnenwinkel heute schon probiert. Also war ich auch von der Qualität sehr mit zufrieden. Die Aufmachung ist wunderschön. Der Preis war auch echt in Ordnung. Die hat 7 Pfund gekostet. Also auch für so eine Lidschattenpalette ging das voll klar. Und die Qualität scheint auch recht überzeugend zu sein. Deswegen denke ich auch, das war ein guter Kauf. Dann kommen wir zu ein paar Revolution Produkten. Die kaufe ich auch immer relativ häufig in England. Die gibt es natürlich auch hier in etwas abgespeckter Version bei Rossmann. Da gibt es in einigen Filialen ja immer noch eine Theke, was mich sehr freut, weil ich mag die Marke eigentlich ganz gerne. Die haben immer interessante Produkte, wie zum Beispiel auch den Concealer. In England sind die allerdings noch deutlich häufiger vertreten. Also fast in jeder Drogerie mit ihren verschiedenen Reihen. Die haben ja irgendwie I Love Revolution, XX Revolution, Revolution Pro und so weiter. Während es bei uns ja immer nur eine Theke gibt, wo es bei weitem nicht alle Produkte gibt. Und deswegen spiele ich da immer ganz gerne ein bisschen rum mit den verschiedensten Sachen. Und da habe ich mir einmal von Revolution an sich diese kleine Lidschattenpalette gekauft mit Grüntönen. Oh, die habe ich noch gar nicht aufgeschlitzt und aufgemacht. Deswegen kann ich sie euch jetzt nicht aufgeklappt zeigen. Ich hoffe, es geht auch so. Halt mit schönen, hellen, farbenfrohen Sommergrüntönen, würde ich es nennen. Mit einem tollen, hellen Ton und diesem schönen, dunklen Braun zum Abdunkeln. Ja, die werde ich wahrscheinlich zeitnah auch mal probieren. Das ist, glaube ich, die einzige, mit der ich noch nicht rumprobiert habe. Naja, du kommst auch noch dran. Kleine Lidschattenpalette sei nicht traurig. Die war auch ziemlich günstig. Ich glaube, vier Pfund. Und mit denen habe ich auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Da hatte ich bei meinem letzten London Urlaub auch schon ein paar von gekauft. Da sind immer jeweils sechs Farben drin. Ich hatte, glaube ich, jetzt schon zwei bei mir zu Hause oder drei, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich muss echt mal meine Lidschattenpaletten wieder ein bisschen aufräumen und durchgucken und vielleicht den einen oder anderen Favoriten, den ich in den letzten Monaten vergessen habe, mal wieder vorholen. Auf jeden Fall mit diesen kleinen Paletten von Revolution habe ich auch echt gute Erfahrungen gemacht. Dann habe ich mir noch von Revolution Pro diese Lidschattenpalette mitgenommen. Die blendet gerade ein bisschen. Deswegen versuche ich sie euch aufzumachen. Auch die habe ich noch... Warte, da habe ich diesen Klebestreifen wieder vorgemacht. Aber den kriege ich jetzt zum Glück wieder auf für euch. Ich wollte natürlich während der Reise wollte ich auch ein bisschen sicher gehen, dass meine Megaprodukte wieder sicher verpackt sind. Die hat super schöne farbenfrohe Töne. Ihr seht dieses Orange, ihr seht dieses Rosa und den Rotton und den Lila Ton und dann halt wieder diese schöne Champagnerfarbe. Ich glaube, das wird auch für den Sommer eine tolle farbenfrohe Palette. Und ich finde auch hier die Aufmachung wirklich recht hübsch mit diesen Tigerstreifen aus Silber da drauf. Also haben sie echt schön gemacht. Und die Revolution Pro Produkte sind meiner Erfahrung nach auch immer ziemlich hochwertig. Also das heißt nicht umsonst Pro. Also das sind halt meistens schon noch etwas hochwertigere Produkte. Gerade im Lidschattenbereich sind die dann immer sehr, sehr stark pigmentiert. Ich habe da schon ein paar Paletten von und oft ausprobiert. Und da bin ich immer wirklich krass zufrieden mit der Qualität. Deswegen werde ich mal ausprobieren, was diese Palette dann so kann. Dann habe ich mir mitgenommen von XX Revolution eine spannende kleine Vierer-Palette. Die war noch im Karton, aber die habe ich auch schon ausprobiert. Und da konnte ich echt nicht Nein sagen. Guckt euch mal diese tollen Blautöne an. Vor allen Dingen diesen Schimmerton. Also da auf den war ich ja total scharf. Da gibt es auch eine kleine Hintergrundgeschichte zu. Und zwar habe ich in anderen Läden eine Palette von Too Faced entdeckt. Und die hatten einen Blauton, der relativ ähnlich war, aber noch ein bisschen mehr Duochrome. Und ich habe mich sofort in diesen Blauton verliebt. Aber die Palette hat halt einfach mal 40 Pfund gekostet. Und ich dachte mir, okay, die anderen Farben in der Palette, die sind auch schön, aber die habe ich in der Form irgendwie schon zigmal. Und jetzt kaufe ich doch nicht wegen einem tollen Blauton eine 40 Pfund Palette. Also es hat mir wirklich so ein bisschen wehgetan, diese Palette da zu lassen, weil sie war einfach, also dieser Ton, also den habe ich gesehen und dachte so, wow, muss ich haben. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Kompromiss gefunden. Und zwar mit dieser kleinen Palette mit einem Blauton, der relativ ähnlich ist. Also er ist nicht identisch, er kommt aber recht nah dran. Und diese kleine Palette hat 10 Pfund gekostet. Also ich finde, das ist immer noch ein Preis, den man verschmerzen kann. Also klar, es ist nur eine kleine Palette, aber ich war halt so scharf auf diesem Blauton. Und ich hoffe halt wirklich, dass ich mit dieser Ersatzpalette hoffentlich mindestens genauso glücklich werde. Dann habe ich mir noch eine Palette von Revolution Pro gekauft und zwar eine, ja, eine dieser größeren Paletten. Die hat, ich glaube, 8 Pfund gekostet, war auf jeden Fall auch nicht besonders teuer und hat mal wieder wunderschöne Farben. Also ihr seht wunderschöne Schimmertöne. Gerade hier, guckt mal, dieses tolle Orange hier. Und das ist ja ein Traum. Ich kann gar nicht erwarten, das alles auszuprobieren. Oder auch diese Goldtöne. Und ja, so ein super, super dunkles Grün finde ich auch spannend. Oder dieses dunkle Blau. Also mit der Palette werde ich auch viel, viel rumprobieren. Ich habe schon, nachdem ich sie gekauft habe, habe ich sie im Urlaub schon einmal verwendet. Und ich war sehr, sehr zufrieden mit der Qualität. Also die Pigmentierung war bombastisch. Und sie hatte so gut wie kein Fallout. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Also wenn man mit hochpigmentierten Farben arbeitet und dann krümeln einem manchmal so ein paar kleine Körnchen irgendwie auf die Wangen, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Ist hier tatsächlich nicht passiert. Deswegen war ich echt begeistert von dieser Palette und ich freue mich schon mega, mega darauf, die ausreichend auszuprobieren. Und ja, hoffentlich so glücklich damit zu werden, wie sie mich auf den ersten Blick gemacht hat. Ich hoffe natürlich, dass alle Lidschattenpaletten mich dann auch letztendlich bei meinem Schminkalltag überzeugen werden. Aber ich denke, ich habe da schon den ein oder anderen guten Kauf gemacht. Ja, das waren die Kosmetikprodukte, die ich in London gekauft habe. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch vielleicht den ein oder anderen Einkaufstipp geben. Falls ihr auch mal nach London kommt, geht auf jeden Fall zu Superdrug und zu Boots. Da kann man auf jeden Fall einige wirklich spannende Kosmetikprodukte entdecken und sich dann natürlich auch mit nach Hause nehmen. Wir sehen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis. So.